Zange, kriegen wir damit die Pflanzen weg? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh doch! Gut, dann geben wir ihm erstmal die Dublone. Was soll man dazu sagen? So, hier macht ihr auch weg. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Sehr gut. So, das können wir ja schon mal einsetzen, oder? Achso, nee, wir brauchen noch eins. Okay. Ist aber nicht hier, oder? Glaub ich. Nö. Dann gehen wir mal da hin. Warum nicht? Oh ja! Aha. Okay, verstehe. Dem fehlt der Kopf. Ähm... Den... Okay, den Dolch kann ich sicher gebrauchen. Der törichte Stadtrat hat beschlossen, den Wächter zu zerstören. Sie denken, dass dies den Fluch aufheben würde. Ich stimme der Hexe zu. Die Wächter sind der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wenn wir alle zwölf erwecken, wird das unser Schicksal ändern. McGone der Kneipenwirt. Okay. Also, leider hat dir keiner geglaubt und die wollten ihn kaputt machen. Okay. Das ist schon doof. Es tut mir leid. Ähm... Da, guck mal, da haben wir eine Karte. Das haben wir hier. Ein Puzzleteil. Und so Dinger. Bewohnerbild. Aha. Ne. Oh, oh. Oh. Wie schön. Mein Bruder ist ja auch. Achso, und dafür kriege ich das dann, oder wie? Na gut. Okay, wir können nicht da hingehen. Achso, das ist wahrscheinlich ihr Zuhause. Wir können da hingehen und wir können uns das hier angucken. Ein Schloss. Alle Kunden schlafen. Hä? Der Laden ist geschlossen, alle Kunden schlafen? Was? Achso, ist ja Nacht. Klar. Hallo. Ich bin's nur. Wo ist das? Das ist gruselig. Aber nur ein bisschen. Oh, oh. Die verehrten Bürger dieser Stadt bewahren meinen Code sicher auf. Sie wissen allerdings nicht, was sie da aufbewahren. Ha, typisch. Schlüssel zu dem... Aha, ja. Ach, hier fehlen noch zwei. Sonst weiß ich nicht... Verstehe. Ich brauche hier noch zwei Dinger, sonst weiß ich nicht welche Farben. Alles klar. Was haben wir hier? Bist du der Bruder? Guck mal, du hast auch sowas an. Lesen erstmal. Gleich. Los. Ah. Ich habe den Kopf des Wächters versteckt. Ich lasse nicht zu, dass die Statue weiter zerstört wird. Das ergibt keinen Sinn. Du hast den Kopf der Statue versteckt, weil du nichts zugebst. Das ergibt keinen Sinn. Echt nicht. Bin ja mal gespannt, ob wir hier irgendwas... Oh, da fehlen noch. Hier, guck mal. Ich brauche deine Flasche. Gib mir deine Flasche. Mensch. Ich soll dir was von deinem Bruder ausrichten. Hallo. Ich soll dir was von deinem Bruder ausrichten. Ich piekse dich? Nein. Ich zang dich auch nicht. Ich äh... gut. Dann gehe ich halt wieder. Schade. Keine Ahnung, wie wir den kriegen. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier was und da was. Wer würde denn hier leben wollen? Ich hätte ja mal Angst, wenn sie runter ins Meer fallen. Das ist wahrscheinlich gewollt. Ah, hier haben wir noch mehr. Einige Porträts fehlen. Die meisten von ihnen sind an falschen Stellen. Ihr wolltet den kaputt machen? Ich hab den erstmal festgebunden. Ja. Das ist gut. Da ist ein Porträt. An der Tür in deinem Porträt Stadtbewohners. Ja, mach mal ab. Hiermit. Sehr gut. Hm. Na gut. Das war's schon. Das ist nett, dass die so Porträts haben, damit die alle wissen, wie sie vorher mal aussahen. Bevor du zerstört wurdest. So. Ja, nimm die Kette weg. Hallo? Hallo? Hä? Hä? Ah. Kann das? Okay. Ähm. Hier. Da zum Beispiel könnte man einen Hinweis hin machen. Aber warum denn? Warum sollte man einen Hinweis irgendwo hin machen? Das ist doch ein Flaschenstück. Okay. Hallo Mäuschen. Wieso finde ich gar nichts? Scherbe. Da ist ein Boden. Da ist irgendwas komisches. Da ist was. Jetzt läuft's. Das sagte sie und fand nichts mehr. Hm. Das ist auch nicht der Flaschenhals. Es ist ein Flaschenhals, aber nicht der. Da und da. Und da ist was. Noch zwei Teile. Unter anderem ein Korken und das. Yay. Eine Flasche. Okay. Kann mir schon denken, was wir damit machen müssen. Vielleicht redet er ja dann mit uns. So. Ha. Meins. Okay. Dann redet er trotzdem nicht mit uns. Die Kanone fehlt. Tollisch. Vielleicht finden wir dir ja, wo Totenköpfe sind. Äh. Da. Vielleicht sollte... Wo willst du denn hin, Kind? Toll. Du rennst einfach da durch. Mal auf! Hä? Ah. Klar. Natürlich. Na gut. Okay. Wir können auch nicht irgendwie mal durchgucken, ob die da irgendwo rumrennt. Vielleicht können wir ihm sagen, dass sein Bruder betrunken ist? Dieser Talisman lockt die Glühwürmchen auf seltsame Weise an. Ja, ich wollte aber mit ihm reden. Wir können gar nicht mit ihm reden. Wieso zeigst du das denn an? Hm. Was machst du hier? Oh, Mom! You startled me. Davy Jones sent me to get more wine. He keeps threatening to hurt you if I don't behave. I think it's best if we do what he says, while you try to cancel my pact, right? Yeah. Okay. So, I'll get another bottle of wine and get going. Ach, Töchterchen. Fall ja nicht da runter. Dann ist alles umsonst. So. Okay. Dann machen wir mal. Ich dachte, das wäre ein Kleid. ein Kleid ist hier ein Kleid. Guck mal, das passt schon mal. Jemand mit weißem Hemd? Oder sowas? Nee. Ähm. Da. Was hast du? Du stehst schief und hast eine Waffe. Wahrscheinlich hier auf der Seite, oder? Obwohl, du stehst wahrscheinlich eher weiter hinten. Palim, Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Wo kommst du, wo musst du hin? Hat einer ein Knie? Ich weiß nicht, wo der hinkommt. Nee, nehm einfach jemand anders. Ähm. Hier. Du kommst dahin. Wir können auch auf den Hintergrund achten. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm. Du hast keinen guten Hintergrund. Na gut. Wer hat denn oben links und... Hier, guck mal. Du hast doch so... Da musst du hin. Das ist echt anstrengend. Da ist ein Knie. So. Ähm. Nein. Nein. Irgendwie dunkler. Hier. Da. Da musst du hin. Da musst du hin. Du bist ein Mädchen. Und du hast eine Hand im Gesicht, wollte ich gerade schon sagen. So. Wo ist noch ein Kleid? Da ist ein Kleid. Passt auch. Hier. Du kommst dahin. Sehr gut. So. So. Jetzt darf ich auf... Muss ich... Jetzt darf ich aufpassen. Das ist... Ich darf aufpassen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die Leute wieder rausnehmen, die ich schon gefunden habe. Bist du das? Ja. So. Na. Da. Du. Wer hat denn hier einen Dreizack in der Hand? Keine Ahnung. Aber die Haare gehören dir. Ähm. Hast du den Dreizack? Nö. Da ist rot. Du musst auch nicht da hin. Nein. Da vielleicht. Auch nicht. Aber hier auf der Seite habe ich schon alle, oder? Das ist aber falsch. Ist auch falsch. Ah. Da musst du hin. Und du hast den Dreizack. Huh. Gott sei Dank. Was ist denn das? Ein Safe Knopf? Ach, das ist eine Kanone. Ja, okay. So. Dreh den Knopf, um die richtige Reihenfolge herauszufinden. Und alle Schlösser. Oh Gott. Okay. Und dann? Oh Gott. Habe ich mich jetzt erschreckt? Das ist doch nicht. Was soll das? Kannst du mir nicht vorher Bescheid sagen, dass du das machst? Los. Ähm. Ähm. Wieder da? Hallo? So. Und jetzt wieder da? Und jetzt wieder da? Da los. Boah, ist das laut. Gib mir deinen Kopf. So. Ja. Bittschön. Achso, jetzt müssen wir ihn dann noch zum Leben erwecken. Was machen wir mit der Zange? Den Talisman brauchen wir ja auch gerade nicht, ne? Warte, vielleicht will der jetzt mit uns reden? Ach, der will überhaupt nicht mit uns reden. Toll. Willst du? Okay. Kann man dann mal mit dir reden? Auch nicht. Ja, ich brauche hier, das brauche ich bestimmt. Na gut, gehen wir nochmal zurück. Gehen wir... Hallo? Okay. Das ist nett. Hier auch nicht, oder? Hm. Vielleicht haben wir schon alles erzählt. Ja, durchs Tor. Was können wir hier noch machen? Können wir hier irgendwas noch nehmen? Nö, ne? Was sollen wir denn hier in diesem Bild noch? Oder sollen wir ihn nur den schönen Nussbaum immer angucken? Gehen wir nochmal zur Melly. Ja, doch. Darum hat er mich immer noch nicht gebeten, ne? Deswegen kann ich das nicht machen. Hm. Was sag die Karte? Stadtplatz. Was sollen wir da machen? Und im Tunnel. Ach, wir haben eine Zange. Warte mal. Ja, klar. Wir mussten ja hier noch eine Tonne aufmachen, ne? Mach mal auf. Aha. Wollen wir das auch mitnehmen? Ja. Was denn das? Kaffee oder Schießpulver? Schießpulver. Hätte auch Kaffee sein können. Okay. So. Dann gehen wir wieder zurück und reden mal und erwecken mal den Guardian. Aber da war noch ein Ausrufezeichen. Wo war das? Stadt und Stadtplatz. Okay. Ich weiß nicht, was ich beim Stadtplatz machen soll. Muss man gleich mal gucken. So. Hier nimm du mal die Dublone. So. So. Er hatte nen sorgenvollen Blick. Ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Hier. Bitte schön. Oh. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Oh. Die verlangt so viel. Wo ist ein Korn? Da ist Korn. Hä? Ja, gib mir das mal. Soll ich hier Korn abschneiden, oder was? Nö. Hä? Ach du lieber Gott, warte. Ne, die brauchen wir noch nicht. Ähm. Äh. Wenn ich den Mais, ach so Korn, Mais, ja okay, Entschuldigung. Wo ist ein Mais? Da ist Mais. Okay, können wir den abschneiden? Ja, sehr gut. Ähm. Den Besen nehmen wir auch schon mal. Was haben wir hier? Hier brauchen wir ein Buch. Ich muss mir jetzt erstmal alles angucken. Ach so, das ist immer noch da. Hier fehlt irgendwie was. Ach so, du brauchst ein Code. Okay. Diese Eule ist sehr geil, muss. Hier ist gar nichts. Okay. Dann tun wir mal Korn da rein. Wo kamen die denn jetzt her? Äh. Ah, hier ist das Buch. Was ist das? Der Muscher fehlt das Mittelteil. Klar. Äh. Willst du die Federn jetzt haben? Ja, okay. Hier bitte. Hier? Äh. So, ja? Oder wie? Nee. Ah, die müssen da dran. Verstehe. So. Zwei gelbe. Und noch eine rote. Yay. Ziermuschel und halbe Muschel. Und da ist das Buch. Alles klar. Dann setzen wir mal das Buch ein. Huuuuh. Hä? Kann da irgendwie nichts drauf erkennen. Aber gut. Das passt bestimmt da dran. Ich glaube, wir müssen das da hinpacken. So. So. Das da hin. So. Und das. Knochenschlüssel. Achso, hier. Nimm mal. Da hat sie. Achso, das ist die erste Hälfte. Nee. Warte. Das ist schon die Hälfte. Aber da fehlt noch was. Okay. Verstehe. Hm. Achso. Die. Meine Güte. So. Hier. Bitteschön. Ja. Ich mach das super. Ich hab den Schlüssel. Warte. Oben links, unten rechts, Mitte. Oben rechts, oben Mitte. Ach, das kann ich mir nicht merken. Warte, wir versuchen es einfach mal so. Ja, der Griff. Ja, der Griff. So, jetzt aber. Und das ist in der Mitte. Und da, 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 was da, da. So. Hä? Achso, ich muss wahrscheinlich die Tür auch aufmachen, hm? Nein? Nein. Ah, da muss doch was drum herum in der Mitte. Ich verstehe. Das ging flott auf einmal. Ähm, hier. Den Schädel kommen wir noch gut gebrauchen. Was brauchen wir denn noch? Ein Stein und ein Sternenstaubsack. Was soll ich mit dem Schädel? Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Ich kann dir aber sonst nichts nehmen, ne? Hast du einen Stern? Achso, du willst den Schädel haben? Ja, bitte. Ja, ich gebe mir.